Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Im letzten Part haben wir genau hier aufgehört, als wir gucken wollten, wie dieser kleine Stadtteil hier wächst. Und genau das machen wir hier jetzt auch. Ja, dieses SimCity Let's Play ist schon so eine kleine... Wir gucken mal, was hier so passiert und reden so darüber, was wir alles bauen können. Es ist halt so eine genüsslich-gemütliche Sache. Und ich verdiene gerade nicht so viel Geld. Naja, wir haben noch genug. Hoffen wir einfach mal, dass dadurch jetzt viele Leute in die Stadt zurückkommen, weil wir hatten ja irgendwie über 50.000. Deswegen ist wahrscheinlich auch da alles so runtergegangen. Weil... Ja, da baut... Das sind mir Geschäfte, verdammt. Aber da baut sich was aus. Und... Ich hab bestimmt irgendwas zum Abreißen. Ach, ich bin jetzt zu faul zum Suchen. So. Wegen dem Brand. So, wegen dem Brand. So, wegen dem Brand. Da müssen wir echt mal was tun gegen. Gegen diese vermaledalten Brände. Einzige Möglichkeit, wir müssen mal langsam eine Feuerwache, eine große Feuerwache bauen. Kann ich die hier oben hinpacken? Ja, perfekt. Jetzt brauche ich nur noch Simoleons. Und während wir darauf warten, dass ich genug Simoleons zusammenkriege, mache ich glaube ich weiter damit, irgendwelche Filmreviews hier zu machen. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, während wir hier warten. Gehen wir mal meinen Blu-ray-Stapel, der hier rumliegt, weiter durch. Silent Hill Revelation. Der zweite Silent Hill Teil. Nicht zu verwechseln mit Silent Hill 2. Das ja ein Spiel ist, sondern Silent Hill als Film. Der zweite Teil. Auch ein sehr guter Film, wie ich finde. Vor allem in 3D. Also von allen 3D-Filmen, die ich bisher gesehen habe, was jetzt nicht so viele sind. Und Avatar habe ich mir nicht in 3D angeguckt. Avatar habe ich insgesamt erst sehr spät geguckt. Der Film war gut. Aber halt sonst, was ich so alles gesehen habe. Green Lantern, Alice im Wunderland, Ralf Reichts, Die Legende von Argen. Das ist... Der Film war schon in 3D schlecht und sowieso ein Film für eine andere Stunde. Avengers wollte ich, konnten wir aber nicht. Was habe ich sonst noch in 3D gesehen? Ich habe ein paar in 3D gesehen. Mir fällt jetzt gerade nur nichts mehr an. Megamind habe ich noch in 3D gesehen. Und... Ja, Hänsel und Gretel, da hatte ich aber das Problem. A, wir saßen irgendwie zu nah an der Leinwand. Und B, man hat mir eine quasi kaputte Brille gegeben. Also da war schon das... Eine Glas halb raus. Also das war nicht so schön in 3D. Aber halt Silent Hill, der Film war wirklich super in 3D. Ist, naja, als Horrorfilm war der nicht ganz so gut. Man hat da schon so ein paar Anleihen. Also man hat sich da eher auf die Story von Silent Hill 3 gestützt. Hat man schon so ein paar Anleihen gesehen. Da war ganz gut. Ist halt die Fortsetzung des anderen Silent Hill Films, der vor einigen Jahren rauskam. Der, ja, auch wieder. Irgendwie bei den Silent Hill Filmen... Die schaffen es einfach nicht als richtige eigenständige Horrorfilme. Aber als Videospielverfilmungen sind die größte Klasse. Vor allem, wenn man sich den ersten Silent Hill Film anguckt. Da hat man teilweise einige Kameraeinstellungen 1 zu 1 aus dem Spiel genommen. Da ist dann beispielsweise auch die erste Stelle wieder der Hauptcharakter, Rose da Silva. Wie die auf die ersten Monster trifft. Das ist 1 zu 1 entnommen aus dem Spiel, wie Harry Mason auf die ersten Monster trifft. Was mich erinnert, ich könnte mal wieder Silent Hill 1 spielen. Ich hab das auf der PSP. Hab ich mir mal gekauft. Ich hab mir einen Ami-Account auf der PSP gemacht. Und es mir dann mit einer amerikanischen Playstation Network Card gekauft. Weil in Deutschland ist das leider nicht erhältlich. Wieder so ein Fall von Shut up and take my money. Jetzt bin ich aber gerade von meinem Film-Review abgekommen. Ja, genau. Silent Hill Revelation. Halt die Fortsetzung. Ich weiß gar nicht, ob der auf 3D-Blu-Ray erschienen ist. Da ich keinen 3D-Fernseher habe. Ich hab zwar meinen Monitor hier. Aber da ich kein Blu-Ray-Laufwerk habe an meinem PC. Und ich mir eigentlich irgendwann mal eins anschaffen könnte. Ja, und das Problem ist, der hat ja keine Boxen. Also hab ich so das Problem. Ich krieg keinen Ton, wenn ich meinen Blu-Ray-Player anschließe. Ich könnte ihn anschließen. Ich könnte dann auch den Film gucken. Aber ich krieg keinen Ton. Außer... Ja. Ich bräuchte irgendeine... Das könnt ihr mir mal schreiben. Gibt es Boxen, die man in einen Kopfhörer-Anschluss reinbenutzen kann? Also eine Box, die ich in den Anschluss für Kopfhörer reinsetzen kann. Weil das wäre nämlich super für mich. Dann bräuchte ich mir auch keinen 3D-Fernseher kaufen. Äh, ja. Silent Hill Revelations. Ja, ähm, verfolgt halt so größtenteils der Story von Silent Hill 3. Ist aber auch an sich eher so eine... Also so eine Fortsetzung. Silent Hill 1 basiert lose auf der Story von Silent Hill 1. Wenn gleich ein paar Eigendichtungen. Der Hauptcharakter wurde von einem Mann zu einer Frau gewechselt. Und halt... Frauen bringen ja einfach besser die Angst drüber. Das ist genauso sexistisch, wie das, äh, was so gut wie immer nur männliche Hauptcharaktere hat. Ich meine, ein Mann kann auch Angst haben. Ein Mann kann auch in einem Horrorfilm mitspielen. Aber nein. Horrorfilme sind immer mit weiblichen Protagonisten. Das ist das einzig Gute meiner Meinung nach an Mirrors. Wir haben mal einen männlichen Protagonisten. Wenn gleich der Film als Horrorfilm natürlich mal wieder total versagt. Aber, äh, ich schweife echt die ganze Zeit ab. Das wirkt irgendwie so, als wäre Silent Hill Revelations total scheiße. Aber der Film ist eigentlich ganz... Ja, er ist ganz gut. Also, er macht Spaß. Das muss man jetzt natürlich nicht so erwarten. Uh, Horrorfilm. Jetzt mach ich mir in die Hose. Das werdet ihr nicht erleben. Nein. Nein, meine Damen und Herren. Nein, das werdet ihr nicht erleben. Was ihr aber erleben werdet. Das ist eine gute Zeit. Vor allem, wenn ihr die Spiele gespielt habt. Wenn ihr die Spiele gespielt habt. Da erkennt ihr dann sehr viele kleine Details. Einige Änderungen, die sie da gemacht haben. Wie beispielsweise... Ja, kleiner Spoiler. Ja, kleiner Spoiler. Ist dahingehend wirklich nur ein kleiner Spoiler. Da das ja schon recht am Anfang ist. Ähm. Man hat... Man hat... Ja, man hat Vincent. Einen, ja, schon wichtigen Charakter in Silent Hill 3. Aber... Ich fand jetzt nicht unbedingt so wichtig. Den hat man erst einmal eine Hauptrolle gegeben. Wird nebenbei gespielt von dem Typen, der Jon Snow in Game of Thrones spielt. Keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ja, was ist? Ich dachte, es wäre was Wichtiges. Nein, äh, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Jedenfalls wird er von dem gespielt. Und dann halt, äh, sehr jung. So als Teenie. In dem Film, äh, in den Spielen ist er eher älter. Also das haben sie schon mal so klar geändert. Die, äh, Schauspielerin von Heather, dem Protagonisten. Ja, das ist... Das ist auffälligerweise der einzige Silent Hill Teil, wo der Protagonist eine Frau ist. Silent Hill 3, meine ich. Ja, jedenfalls Heather... Die haben sie schon echt gut getroffen. Also da... Wieder ein sehr gutes Casting. Und, ja... Es basiert halt wirklich sehr lose da drauf. Wie ich ja schon jetzt öfters sagte. Es gibt einige gestellt... Also die, äh... Ich versuche ja hier Spoiler zu vermeiden. Die letzte Kampfszene. Die war eher... Naja... Ansonsten, da hat man schon einige coole Sachen. Wie gesagt, die 3D-Effekte, die fand ich wirklich gut. Da gab es teilweise einige Filme, wo ich mir dachte, ja, äh, lohnt sich das so in 3D. Aber da gab es schon einige coole Sachen. Wie weißt du, also da hat man so einen Puppenmonster. Das mit mehreren Köpfen. Das jagt Menschen und verwandelt es in Puppen. Und dieses, äh, Puppenmonster, ja, das... Ist halt so eine Zusammenstellung aus ganz vielen Armen und Beinen und so. Und das hält halt immer so die Köpfe und die reicht es so hin und her, um zu gucken. Und da hat man natürlich sehr gut, wie denn so die Köpfe aus dem rauskommen. Das auch einfach, weil die, die Köpfe sich umgucken, sind natürlich länger draußen. Und so ein 3D-Effekt funktioniert natürlich nur gut, wenn er länger ist, damit die Leute auch so richtig reagieren. Dass da was ist. Weil wenn da nur so ganz schnell, so für ein paar Frames da was passiert, dann kommt da nichts raus. Ist mir auch so aufgefallen. Ich kann ja auch sehr viele Spiele in 3D spielen, was ich aber irgendwie schon länger nicht mehr tue. Weil irgendwie, ja, irgendwie hab ich keine Lust. Und in 3D-Let's-Playen kann ich ja sowieso nicht. Und, ja, da ist es... Da ist es auch meistens so. Also, ich hab beispielsweise Assassin's Creed 1 komplett in 3D gespielt. Und da hab ich auch einfach manchmal nur, manchmal nur so stehen geblieben. Die Kamera ein bisschen richtig gedreht. Und dann konnte man, wenn man so am Rand gesehen hat, wenn man den Rand gesehen hat, dann plötzlich so gesehen, alter, ihr guckte da richtig raus. Also da, der ist ja gut. Story-technisch, ja, ich will jetzt wirklich nichts sagen. Ist eine sehr, es ist eine gute Videospiel-Verfilmung. Ich würde noch sagen, Teil 1 ist eine sehr gute Videospiel-Verfilmung. Die sollte man sich wirklich angucken, wenn man Silent Hill mag. Man sollte aber wirklich keinen, äh, großartigen Horrorfilm erwarten. Das haben sie einfach nicht geschafft. Er hat ein paar nette Ideen. Es hat wirklich ein paar nette Ideen. So, ähm... Ja, eine Garage für Sportwagen. Bau ich hier hin. Einen Balkon, bau ich da hin. Ein Treibhaus kann ich noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ein Gästehaus. Komm, nehm meine Garage. Damit die Gäste immer wissen, was sie nicht haben. Nämlich einen Sportwagen. Oh, ich mach gerade Verluste. Naja, ich kann ja hier mal den... Okay, wenn ich... Selbst wenn ich den Kredit abbezahle, mach ich immer noch Verluste. Auch recht unpraktisch. Naja gut, hier, äh, na gut, hier wächst einiges. Ich denke mal, dann kommen wieder einige Leute rein und dann wird das mit den Verlusten auch kein Problem mehr sein. Hoffe ich doch mal. Ja, wir haben ja derzeit noch genug Reserve. Ich rede ja sehr viel. Wirklich sehr viel. Und, oh, Moment. Ja, da werde ich noch viele Fahre zu haben, dass ich, oh, Moment sage und dann kurz usne werde. Und, ja, äh, Sims werden unterrichtet. Das ist schön. Ähm, ich baue mir hier jetzt eine Uni hin. Ahaha, ne, wozu brauche ich hier eine Uni? Ich könnte aber mal endlich... Wo habe ich das ganze Geld her? Eine Metallzentrale bauen. Hier unten hin. Kann ich da noch was dran bauen? Ja, irgendwelche komischen Sachen. Was kann man denn an denen, ja, außer dem Schild, äh, ich baue hier einfach mal ein Schild dran. Was kann ich denn... Ich drehe es mal für euch so rum. Okay, da ist noch eine Info. Metallzentrale, yay! Jetzt, wo wir einen beständigen Kohlehandel aufgebaut haben, können wir den Weltmarkt richtig aufmischen. Wir sollten unsere Kohlegeschäfte um weitere Technologien und Ingenieursverfahren bereichern. Oder fügen sie eine Gewerbeabteilung hinzu, um unsere Kohle in alle Welt zu verkaufen. Was meinen Sie, Bürgermeister? Ja, da müssen wir mehr Gewinn fahren. Oh, ich hätte auch hier direkt umdrehen können. Ich dachte, das Drehen wäre hier nicht möglich. Naja, äh, okay, was können wir denn hier bauen? Haben Sie es satt, ständig über Kohle oder Roherz zu stolpern? Schaffen Sie einen Teil davon aus der Stadt. Machen Sie aus dem Weltmarkt ordentlich Simoleons. Regionale Genehmigung erteilt Umschlagplatz sowie Kohle- und Roherzlager am Umschlagplatz. Ingenieursabteilung, vergessen Sie die magere Ausbehalte des armseligen Kohlebergwerks. Die Ingenieure in der Ingenieursabteilung haben Pläne für ein brandneues, verbessertes Kohlebergwerk. Lokale Genehmigung erteilt, verbessertes Kohlebergwerk. Und der Schmelz, äh, die Schmelzofenabteilung. Fügen Sie Schmelzhütten zu Metallverarbeitenden, zur Metallverarbeitenden Industrie hinzu, um mehr Profit zu machen und breiter aufgestellt zu sein. Lokale Genehmigung erteilt, Schmelzhütte. Gut, jetzt haben wir auch endlich die Metallhütte. Haben wir jetzt schon mal einiges und wir machen wieder mehr Verluste. Okay, jetzt glaube ich geht nichts drum herum. 10% muss jetzt, ups, da habe ich aus Versehen auf 12. Ja, weil irgendwie so das Hochstellen, das ist so ein bisschen laggy. Aber es dauert ein bisschen, nachdem ich draufgedrückt habe. Da drücke ich dann schon mal öfters aus Versehen doppelt drauf. Das kann ja mal passieren, da wächst auch da wieder ein Gebäude. Und wir haben Bedarf, äh, Nachfrage an Wohngebieten. Hm. Da baue ich mal wirklich jetzt nicht weiter hin. Weil, wer weiß, wie das so mit den Aufwertungen da so vonstatten geht. Da lasse ich mal... Ja, das Problem ist, ich kann ja nicht mal gucken. Wäre schön, wenn ich die mir echt angucken könnte. Auch noch etwas, was man, wie ich finde, hätte verbessern können. Warum fangen die da plötzlich an zu bauen, wenn ich hier die Straße baue? Erklärt's mir mal wer. Ich versteh's nämlich nicht. So, bis nach da unten. Und hier mach ich noch so ne Verbindung hin. Ja. Passt. Wow. Wow. Ein Erdbeben. Erdbeben. Erdbeben sind nicht schön. Und die machen mir Angst. Nee, Erdbeben sind ganz und gar nicht schön. So, ich kann wieder mein Bürgermeisterhaus upgraden. Und in der Feuerwache wollen die auch was für uns. Wir erreichen nicht alle Gebände, äh, Brände. Wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Machen wir da noch ein Löschfahrzeug hin? So. Ich denke, wir machen hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Und sagen dann, bis zum nächsten Mal. Also, bis dann.